Nie im Leben hätte ich das gedacht. Wer war dann deine erste große Liebe? Was zählt denn für dich als erste große Liebe? Na, die erste, bei der du richtig hin und weg warst. Muss ich mit dir im Bett gewesen sein? Nicht unbedingt. Muss ich sie geküsst haben? Ja, schon schön. Muss aber auch nicht. Also dann war das, äh... Dann war das Claudia. Also Claudia, das war die Tochter von unserem Nachbarn. Und unser Nachbar, das war Fleischermeister Peter Knipping. Ja, und wenn Claudia, also wenn die bei ihrem Vater im Laden ausgeholfen hat, dann... Es ging einfach nicht. Ich konnte meine Bestellung nicht mehr aufgeben. Ich stand da, ich hab gestottert, wenn überhaupt. Meistens bin ich rausgerannt. Ich konnte es einfach nicht. Ich... Ich hab sie gesehen und... Ich hab mich abends lieber von meiner Mutter anschreien lassen, als... Claudia Knipping anzusprechen. Ja.